Die Bibel in einem Jahr, Tag 71. Mit Zuversicht in die Zukunft. Was hält die Zukunft für dich bereit? Zukunftsforscher sagen voraus, was in der Zukunft eintreten wird. Beispielsweise wurde vorausgesagt, dass die Lebenserwartung heute geborener Kinder bei bis zu 150 Jahren liegt. Einige ihrer Voraussagen mögen wahr werden, andere nicht. 1962 wurden die Beatles von der Decker Recording Company mit der Begründung abgelehnt, Gitarrenbands geraten aus der Mode. 1977 behauptete Ken Olson, Vorsitzender der Digital Equipment Co., es gibt keinen Grund, warum jeder einen Computer zu Hause haben sollte. Es gibt gewisse Dinge in der Zukunft, die wir nicht wissen und über die wir auch nichts wissen sollen. Es gibt Dinge in der Zukunft, die wir wissen können und die in unserem heutigen Leben einen Unterschied machen. In den Texten von heute sehen wir drei Gründe, warum du mit Zuversicht in die Zukunft blicken kannst, wenn du deine Hoffnung auf den Herrn setzt. Doch was er sich vorgenommen hat, das tut er. Seine Pläne sind gültig für alle Zeit. Die Pläne des Herrn Der Psalmist gewinnt seine Zuversicht für die Zukunft aus dem Blick zurück in die Vergangenheit. Er denkt darüber nach, was Gott schon alles durch das Wort des Herrn getan hat. Wenn wir diesen Psalm durch die Brille des Neuen Testaments lesen, erkennen wir, dass durch Jesus, das Wort des Herrn, die ganze Welt erschaffen ist. Er ist die eine Quelle von allem, was wahr ist. Auf ihn kann man sich verlassen. Er liebt, was gerecht und gut ist, und seine Gnade erfüllt die Erde. Mit diesem Verständnis kann der Psalmist voller Zuversicht sagen, doch was der Herr will, gilt für immer, und was er beabsichtigt, steht für immer fest. Regierungen und Völker machen Pläne, die scheitern können. Du kannst dich darauf verlassen, dass die Pläne, die Gott für dich hat, gut für dich und dein Leben sind. Die passende Antwort darauf ist Anbetung. Singt ihm ein neues Lied. Singt und spielt. Gebt euer Bestes. Herr, danke, dass du gute Pläne für mich hast. Danke, dass du das Weltgeschehen und meine Zukunft in deinen Händen hältst. Am Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus zu salben. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen damit zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt, wer wird uns nur den schweren Stein vor der Grabkammer beiseite wälzen. Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der riesige Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer, und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber der Mann sagte zu ihnen, habt keine Angst. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Seht her, das ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Die Kraft der Auferstehung Die Auferstehung Jesu von den Toten hat tatsächlich stattgefunden. Als die Frauen zum Grab kamen, fanden sie den riesigen Stein, der vor dem Zugang zum Grab gelegen hatte, weggerollt. Jesus war vom Tod auferweckt worden. Er war nicht mehr da. Sie sahen mit eigenen Augen, dass das Grab leer war. Jesus hat immer wieder Frauen freigesetzt und bestätigt, Männer und Frauen gleichberechtigt behandelt. Frauen waren die Letzten am Kreuz und die Ersten am Grab, die Ersten, denen die Nachricht seiner Auferstehung anvertraut wurde. Dass die Ersten Zeugen der Auferstehung, von denen die Evangelien berichten, ausgerechnet Frauen waren, ist von großer Bedeutung, denn das Zeugnis von Frauen galt damals weitgehend als unzuverlässig. Die meisten jüdischen Gerichte ließen es nicht zu. Indem Jesus aber als erstes ihnen begegnet, bestätigt er, wie wichtig Frauen für seine neue Gemeinschaft sind. Auch trägt es zur Glaubwürdigkeit der Augenzeugenberichte bei, denn die frühe Kirche hätte sich das niemals ausgedacht. Tatsache ist, dass die Auferstehung anfangs für die ersten Jünger so unglaublich war, wie für viele Menschen heute. Als die Jünger von der Auferstehung Jesu berichtet bekamen, glaubten sie es nicht. Erst als sie den Auferstandenen Jesus selbst sahen. Als sie dann aber selbst Zeuge seiner Auferstehung geworden waren, änderte sich fast alles. Aus Angst wurde Glaube, aus Paniktaten und Verzweiflung wandelte sich in Hoffnung. Weil Jesus auferstanden ist, kannst du mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Mit Gewissheit über die Ewigkeit. Dieses Leben ist nicht das Ende. Es gibt ein Leben jenseits des Grabes. Wie Jesus von den Toten auferweckt wurde, wirst auch du in Christus mit ihm auferweckt werden. Tim Keller schreibt, Warum nur ist es so schwer, das Richtige zu tun, wenn du doch weißt, dass es dein Geld, deinen guten Ruf und vielleicht sogar dein Leben kosten wird? Warum ist es so schwer, dem eigenen Tod oder dem Tod geliebter Menschen ins Auge zu sehen? Es fällt uns so schwer, weil wir denken, diese gebrochene Welt ist die einzige Welt, die wir je erleben werden. Wenn aber Jesus auferstanden ist, dann ist deine Zukunft so viel herrlicher und so viel sicherer als all das. Jesus lebt. Er ist bei dir, wenn du in die ganze Welt gehst und allen Menschen die gute Botschaft verkündest. Dir gilt der Sendungsauftrag ebenso wie den Jüngern. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Du kannst gewiss sein, dass Gottes Kraft mit dir sein wird. Du darfst damit rechnen, dass deine Verkündigung von machtvollen Zeichen begleitet sein wird. Dämonen austreiben, Zungenrede, Krankenheilung, das ist, was damals passierte. Und damit sollten wir auch heute rechnen. Die Heilung von Kranken beispielsweise ist nicht auf die mit der Gabe der Heilung beschränkt, sondern ist für alle, die glauben. Es ist Gott, der heilt. Aber er bezieht dich in seine Pläne mit ein. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte alles, was sie sagten, durch viele wunderbare Zeichen. Im Neuen Testament gibt es verschiedene Muster hierfür, aber sie sind alle einfach. Heilung kommt in Jesu Namen. Hier spricht Jesus von dem am weitest verbreiteten Modell, dem Hände auflegen. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Ich danke dir für Jesu Auferstehung, Herr. Danke, dass ich voller Hoffnung und mit Zuversicht in die Zukunft schauen kann, weil du lebst und bei mir bist. Wenn ihr nach meinen Weisungen lebt und meine Gebote beachtet, werde ich es zur rechten Zeit regnen lassen, damit das Land reichen Ertrag bringt und die Bäume viele Früchte tragen. Ich, der Herr, schenke euch Frieden. Wenn ihr euch zur Ruhe legt, braucht ihr nicht zu befürchten, dass euch jemand aufschreckt. Die Raubtiere vertreibe ich aus dem Land, und kein feindliches Heer wird bei euch einfallen. Ich sorge für euch, ich schenke euch viele Kinder und stehe treu zu dem Bund, den ich mit euch geschlossen habe. Ihr werdet zu Beginn einer neuen Ernte immer noch vom Getreide des Vorjahres essen und noch so viel übrig haben, dass ihr altes Getreide wegwerfen müsst, um Platz für das Neue zu bekommen. Ich selbst werde in meinem Heiligtum unter euch wohnen und mich nie wieder von euch abwenden. Das harte Joch, das dort auf euch lastete, habe ich zerbrochen. Aufrecht und frei dürft ihr nun gehen. Die Verheißungen Gottes Auch wenn du die Einzelheiten deiner Zukunft nicht kennen kannst, kannst du sicher sein, dass Gott deine Zukunft segnet. In Kapitel 26 verspricht Gott deinen Gehorsam mit reicher Ernte, Genüge und Sicherheit, Frieden, Wachstum und seiner Gegenwart zu segnen, damit du aufrecht gehen kannst. Gott sagt, wenn ihr nach meinen Weisungen lebt und meine Gebote beachtet, habt ihr reichlich zu essen und wohnt sicher in eurem Land. Ich, der Herr, schenke euch Frieden. Wenn ihr euch zur Ruhe legt, braucht ihr nicht zu befürchten, dass euch jemand aufschreckt. Ich sorge für euch. Ich schenke euch viele Kinder. Ich bin der Herr, euer Gott. Das harte Joch, das dort auf euch lastete, habe ich zerbrochen. Aufrecht und frei dürft ihr nun gehen. Das ist der langfristige Plan Gottes für deine Zukunft. Du wirst vor Probleme und Prüfungen gestellt werden, wenn du versuchst, nach Gottes Weisungen und Geboten zu leben, aber durch Jesus kannst du auch jetzt schon in den Genuss einiger dieser Segnungen kommen. In Kapitel 25 lesen wir von einigen Dingen, die wir tun müssen, wenn wir Gott gehorsam sein wollen. Manche davon beziehen sich auf das alte Israel, aber andere sind universell gültig. Ich mag Joyce Meyers Gedanken über das Erlassjahr, in dem alle Schulden erlassen und alle Schuldner freigelassen werden sollten. Mit Christus kann jeder Tag ein Erlassjahr werden. Unsere Schuld kann uns permanent vergeben werden, wenn wir im Glauben an Jesus Christus umkehren. Wir können in den Genuss eines fortwährenden Erlassjahres kommen. Unser Problem ist, dass wir entweder versuchen, Gott unsere Schuld zurückzuzahlen oder die Schulden anderer bei uns anzuschreiben. So wie Gott uns unsere Schuld einfach ausgelöscht und vergeben hat, sollen wir auch anderen erlassen, was sie uns schuldig sind. Der Schlüsselgedanke ist, einander nicht zu übervorteilen. Es reicht nicht aus, ehrlich zu sein. Nein, wir sollen auch Rücksicht nehmen. Das ist radikal anders, als es in der Welt läuft. In der Welt werden die Menschen bewundert, die viel Geld verdienen, egal mit welchen Methoden. Sie mögen auf die eine Art und Weise erfolgreich sein, aber für Gott ist es wichtiger, wie wir unsere Mitmenschen behandeln, als wie viel wir besitzen. Besonders wichtig sind Gott mittellose Menschen. Wir sind nur Verwalter. Der Herr sagt, das Land gehört mir. Ihr seid nur Fremde und Gäste, die in meinem Land leben. Und genau so sollten wir unseren Besitz betrachten. Alles gehört Gott. Es ist uns nur anvertraut. Gott wollte sein Volk lehren, dass es dauerhaften Wohlstand nicht gibt. Du besitzt, was du besitzt, aus einem bestimmten Grund. Aber es ist immer Gottes Eigentum. Herr, ich danke dir für deine Segensverheißungen. Danke, dass du einen langfristigen Plan für meine Zukunft hast. Danke, dass ich eines Tages mit Christus zu ewigem Leben in Fülle erweckt werde. Noch ein Gedanke meiner Frau. Auf den Alpha-Wochenenden herrscht immer dieses Gefühl, dass Gott mitten unter uns ist. In Vers 13 heißt es, Ich habe das Joch der Sklaverei von euren Schultern genommen, sodass ihr aufrecht gehen könnt. An einem der Wochenenden sagte eine junge Frau, die sich frisch bekehrt hatte, zu mir, dass ihre Angst und die Last auf ihren Schultern auf einmal verschwunden seien. Sie strahlte förmlich. Dich. Untertitelung des Z 나ines